Mit HP Scan können Sie Dokumente und Fotos von Ihrem HP Drucker aus unter Windows scannen. HP Scan installiert sich mit der kompletten Funktionstreiber-Software für die meisten HP Drucker. Klappen Sie die Scannerabdeckung Ihres Druckers hoch. Platzieren Sie das zu scannende Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas. Beachten Sie für eine korrekte Platzierung die Führungslinien oder Markierungen auf Ihrem Scannerbett. Wenn Ihr Drucker dies unterstützt, können Sie ein mehrseitiges Dokument in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Schließen Sie die Scannerabdeckung. Klicken Sie auf dem Computer auf die Windows-Schaltfläche und tippen Sie die Modellbezeichnung Ihres HP Druckers ein. Wählen Sie Ihren Drucker aus der Ergebnisliste, um den HP Printer Assistant zu öffnen. Klicken Sie abhängig von Ihrem Drucker im HP Printer Assistant auf die Registerkarte für Drucken und Scannen oder Drucken, Scannen und Faxen. Klicken Sie auf Scannen und klicken Sie anschließend auf Dokument oder Fotos scannen. Wählen Sie für die Aufgabe, die Sie durchführen, das betreffende Scannen-Tastenkürzel. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht in den Dropdown-Menüs an der rechten Seite des Fensters. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Scan-Vorschau anzeigen oder Viewer nach Scan einzeigen. Klicken Sie bei Bedarf auf Erweiterte Einstellungen oder Weitere, um andere endgültige Einstellungen zu ändern. Klicken Sie auf Scannen. Eine Vorschau des Scans wird geöffnet. Doppelklicken Sie bei Bedarf auf das Miniaturbild des gescannten Elements, um zusätzliche Änderungen durchzuführen. Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie gegebenenfalls den Ordner aus, in dem Sie den Scan speichern möchten, und ändern Sie dann den Dateinamen. Klicken Sie auf Speichern, um das gescannte Bild zu speichern. Klicken Sie bei Bedarf zu sprechen. Ermittiert sein kann, sechs, Pしょう opinion, ja erfester Fein, ché charities und K Aaa RedaaSere,